Was geht YouTube? Nein, wo und wieder am Start für euch mit einem neuen Video, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr alle versteckten schwarzen Enten finden könnt, mit dessen Hilfe ihr dann im weiteren Spielverlauf andere coole Easter Eggs freischalten könnt. Ich empfehle euch auf jeden Fall, all diese Enten einzusammeln, denn dann seid ihr bestens auch für die zukünftigen Videos auf meinem Kanal gewappnet. So, wir starten mit der ersten Ente rein, die befindet sich in der Nähe einer Anomalie, da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen dran orientieren. Passt mir hier in dem Gebiet auf jeden Fall auf, denn das Ganze ist mit Chemikalien verseucht. Dann klettert ihr einfach diesen Militärtruck hier hoch und gelangt quasi so in diesen Turm hier, wo sich die erste schwarze Ente befindet. Hier auf der Karte seht ihr jetzt nochmal ganz genau, wo hier die Location ist und dann könnt ihr euch die erste Ente schnappen. Weiter geht's mit Ente Nummer 2 und diese hat es sich hier ziemlich nah am Wasser bequem gemacht. Ich muss leider dazu sagen, dass ich diese Ente hier nicht mehr einsammeln kann. Ich habe zuvor leider vergessen, die Aufnahme zu starten, aber bei euch sollte genau hier bei diesem Totenkopf sich die zweite der fünf Enten befinden und dann könnt ihr die ganz easy einsacken. Die dritte Ente hat sich wirklich sehr gut versteckt, kann man sagen. Um diese zu bekommen, müsst ihr von diesem Container aus über den Stachelgradzaun springen und dann werdet ihr unter Wasser ein verloren gegangenes Polizeifahrzeug entdecken. Hier müsst ihr dann nur noch mit Hilfe eines Dietrichs den Kofferraum aufknacken und dort drin befindet sich dann die dritte Ente. Ihr seht jetzt auch auf der Karte natürlich nochmal, wo genau die Location ist. Das Ganze ist hier direkt neben einem Hemmstoff, den könnt ihr by the way natürlich auch noch easy mitnehmen und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Ente Nummer 4. Diese hat es sich im VNC Tower bequem gemacht. Um sie zu erreichen, müssen wir einfach nur von dieser kleinen Plattform aus in das Fenster unten links reinspringen. Das ist auch nicht allzu schwer. Dort könnt ihr dann auch nochmal einen Hemmstoff mitnehmen und dann knackt ihr einfach nur diesen Tresor mit der Kombination dreimal die 6. Das Ganze ist, glaube ich, eine Anlehnung sogar an einen Slipknot-Song. If you 555, I'm 666. Wenn ich mich da recht erinnere, falls ich falsch liege, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier bekommt ihr auf jeden Fall dann die vorletzte Ente. Um auf das Dach des VNC Towers gelangen zu können, müsst ihr zuvor die Mission Übertragung abgeschlossen haben. Die letzte der fünf Enten befindet sich mal wieder. Wer hätte es gedacht, in einem mit Chemikalien verseuchten Gebiet. Aber nichtsdestotrotz solltet ihr hier keinerlei Probleme haben, die letzte Ente in diesem Sumpfloch hier einzusacken. Ihr seht jetzt auch auf der Karte nochmal den genauen Standort. Und jetzt seid ihr quasi in der Lage, alle weiteren coolen Easter Eggs in Dying Light 2 abzuschließen. Dazu später in weiteren Videos mehr. Ich hoffe natürlich immer, das Video war interessant für euch. Bis zum nächsten Mal. Neinborn Ende.